ein von beiden leuten nicht erwarten dass sie mal sowas machen ja servus mein liebungs und mädels ich begrüße euch zu einer neuen folge pvz und zu einer neuen woche natürlich auch noch ich spiele heute natürlich den mal was ist natürlich ich spiele heute den maler natürlich aus dem grunde weil ich hab's ja in der woche noch erwähnt ich spiele natürlich den maler weil er sich von einem gewünscht wurde ich habe jetzt mal wieder das bild zugemacht mal wieder so dämlich wie ich bin muss ich erst mal jetzt gleich das bild öffnen nachdem ich die teleporter gebaut habe das nicht das allerwichtigste gerade wichtiger als den namen vorzulesen man glaubt es kaum ein quatsch pass auf also gewünscht hat sich das wanne valentin blum hat sich gewünscht ich noch mal wieder spielen weil er hat gesagt ich hätte ihn länger nicht mehr gespielt verdammt pass auf schön ist ja ich kann ihn jederzeit hier wieder aufbauen ohne dass ich gesehen werde das war fies jetzt naja was willst du machen als wir dann so ein möchtiger pro gamer mit giftherpsel ich habe jetzt alle weg mit der giftherpsel bist du geil mann ich nervt euch das eigentlich dass ich immer immer wieder über die giftherpsel am hetzten bin aber es ist einfach ziemlich einfach an diese klasse hat mich so hart an ein bisschen umgebungsstamm getötet ich weiß eigentlich eigentlich lame aber naja der botte teleporter der botte doch nicht doch nicht dann baue ich ihn halt wer direkt umgedreht hat wie geil okay ich dachte er kommt jetzt da eigentlich so lächerlich so lächerlich diese leute ja wobei jetzt hat er mich ja getroffen aber naja gut egal Teleporter ist auch wieder keiner von uns ich bin der arzt aber wieder teleporter ist mal wieder weg klar warum auch warum ja noch verteidigen es ist ja nur dafür da dass wir schneller sind aber okay ich bin halt nicht der beste in pvz ich weiß das um ehrlich zu sein gar nicht so wirklich alter willst du mich verarschen dahin mit deiner schulen fucking gibt erbse blöder wichser hey ich bin einfach in die richtung ich bin voll der gangster fatze alter fuck you man regt mich doch was direkt auf hier so missgeburten alter aber ich hasse gifterbse mann wie steigt die krise hier solche flachpfeifen alter mann oh mann oh mann regt mich so was auf sofort dann soll ich noobs gekillt werde die nix drauf haben ja drohne auch wieder weg mann mein team was macht ihr denn ich habe direkt wieder schlechte laune hier meine güte nicht zu glauben mann sofort schlechte laune hier macht dieser kleine lutscher da oben ein ich will der mich eigentlich verarschen kann aber nicht wahr sein hier mann oh mann oh mann oh mann och mann ey was ist denn hier los leute macht ihr mal was das kann doch nicht wahr sein ey das ist ja wohl der shit hier gerade wieder mann das kann doch wohl nicht wahr sein hier leute macht doch mal was das kann doch wohl echt nicht angehen hier da werde ich davon dahinten vom garten werde ich weg holt mit einem ng erbse junge wollen die mich denn verarschen hier das ist ja wohl echt ein schlechter scherz gerade sind das für flachpfeifen mann hier dass ich den weg holen muss ist ja wohl echt ein scherz mann mann oh mann oh mann oh mann naja gift apps noob da hinten ey ich fick dich noch du arschloch learn to play du wichser learn to play man ohne scheiß dummes stück scheiße da hinten ey auf wiedersehen machs gut mann 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 das ist ganz wichtig im pvz hauptsache ich belebe wie das alles alles andere ist völlig unnötig heute da sieht man mal wie gehirn amputiert die sind echt ein witz echt ein witz hier was macht der denn da was macht der doof erklär mir das mal ja du bist tot junge hast du das gecheckt oder was oh alter wie kann man nur so gehirn amputiert sein ohne witz meine güte oh alter leck mich doch am sack hier verpiss dich mann oh mann oh mann oh mann echt ein schlechter scherz hier ich sollte mir auf die zeiger gehen hier wiedersehen äh hat jeder macht ja auch keiner mal wieder weg wieder weg mir hilft hier echt keine sau ich hab nur pfeifen im team boah alter schwede mann was ist das für ein team heilige scheiße hab ich schlechte laune deswegen jetzt meine cam wackelt gerade alter das kann doch wohl nicht wahr sein was sind denn das für voll naps gewesen bei mir erzähl mir das bitte einmal kann mir das mal irgendjemand begreift nicht mal was ich da für pfeifende team hatte gerade oh alter hab ich boah ich könnte ausflippen ohne spaß meine güte lecku mio so eine lächerliche runde hab ich lange nicht mehr erlebt mann oh mann oh mann oh mann die haben ja nix gemacht die leute wir waren doch noch voll okay wir waren doch nicht vor sich gerade egal leute ey das kann ja wohl nicht wahr sein ich wechsle in der nächsten runde ich will mal sehen ob das andere team besser ist bis zur nächsten runde bis gleich tja was soll ich sagen ich habe die runde leider nicht wechseln können ganz im gegenteil ich habe mich sogar noch mehr aufgeregt wie wie gerade in der runde schon einfach aufgenommen habe oder sagen wir es so ich habe aufgenommen nur das werde ich auf jeden Fall nicht zeigen wie ich mich da aufgeregt habe das will ich keinem zeigen das war das war der witz das war der witz war das das war der absolute obersterz das gefühl das wird das wird wieder so eine runde da wieder so 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 gift erbsen wichser dabei sind weißt du ich kann nichts anderes spielen wie die gift erbsen aber die kann ich gut die kann ich ganz gut wie gern will ich jetzt auch paläthologe oder so spielen diesem gift erbsen heini da mal eins in die fresse zu geben noch so ein gift erbsen heini alter wollen die mich denn verarschen ist ja wohl nicht deren deren ernst hier wie wird das schon wahr kann aber nicht dem sein ernst sein der war doch da vorne diese scheiß verzögerung das ist der hammer ich habe mich immer noch nicht abgeregt leute es tut mir leid tut mir leid dass ich so ein bisschen aggro jetzt gerade bin aber ich habe mich immer noch nicht abgeregt dann schon mal die letzte runde so so der oberhammer wieder war wir haben zwar gewonnen wir haben sie sogar im garten aufgehalten gekriegt aber es hat mich so aufgeregt derbsens weil die leute so dämlich waren weil die nichts auf der reihe kriegen selber ey ich hab die ich hatte die meisten kills die andere leute hatten es gab einen einzigen der zweistellig war und ich hatte glaube ich was hatte ich an kills ich glaube ich hatte irgendwas mit 40 kills glaube ich es gab einen der zwei der zweistellig war außer mir das musst du ja mal reinziehen was ist das für eine truppe ich will mal den buckel runterrutschen ich will mal den buckel runterrutschen ja komm halt ja natürlich aber klar doch durchs boot gefressen na klar mach ich jeden tag ey so einen hals habe ich hier gerade ohne spaß das ist ja wohl echt ein schlechter scherz heute das ist echt ein schlechter scherz heute da spüre ich mich heute exzessiv verarschen aber ohne witz boah leute ich habe so einen derbsten hals ey das kann ich euch gar nicht erzählen ey wie sauer ich hier bin gerade ich halte mich sowas von zurück gerade ohne spaß ich halte mich sowas von zurück hier das hier gerade so auf den piss geht das ist ein Gifterbsen wichser weißt du ey ich kann Gifterbsen dann zu play du wichser ey ich will schon die afk leute killen ey das ist aber der hammer oben lebt immer noch jemand aber ist okay kein problem der geht sogar noch im g modus aber okay kein problem ich mach das schon ich räum hier hinten auf kein problem ich spiel die putzkolonne heute man 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 echt echt der hammer hier echt ein schlechter scherz diese truppe ich stelle mich aber heute auch nubig an und wir auch irgendwie so ein bisschen ich weiß wieso ich aber heute auch kein splash damage mache irgendwie ist es heute ausscheinbar das war ein headshot Gifterbsen weißt du größten hubschen am werk Gifterbsen und der das das so hat er verdient er will sogar wiederbeleben ey sieh mal wie wohl der kerl ist ey was für ein noob ey ich komme aber einfach nicht runter ich kotze es gerade einfach nur so an ich muss was am besten an dieser Situation ist wenn ich so genervt bin ist eigentlich sollte ich aufhören zu spielen wenn ich so hart genervt bin aber ich kann gerade einfach nicht aufhören ah ich brauche die Aufnahme ich muss gleich noch zur Arbeit und ich muss noch rennen dann vor der Arbeit bevor ich da hinfahre und ich brauche die Folge damit ihr was habt heute zum gucken Leute wisst ihr also ich muss leider jetzt aufnehmen sonst ich hätte schon nichts ausgemacht wahrscheinlich ich werde so hart genervt gerade und ich bin so hart genervt hier hast du Heilung das ist keine Heilung da ist noch eine Erbse aber okay ah gut sie ist tot nein das ist ein Gifterbsen wichser da ist der tot scheinbar nicht komm ist mir jetzt auch egal oder weißt du was ach alter dein ernst meine Güte dein ernst hoffe der ist tot ich hoffe es einfach mal ich hoffe mal auf meine Kollegen in dieser Situation ich hoffe dieser blöde Gifterbsen Typ dahinten ist down ich hoffe das jetzt einfach mal nein er ist immer noch nicht tot das ist euer ernst echt ein schlechter Scherz echt ein schlechter Scherz heute das Spiel will mich heute verarschen oder die Leute wollen mich heute verarschen ohne Witz ist der jetzt mittlerweile mal tot ich hoffe es ich hoffe es mal so gehen wir nämlich mal hier hier in den Dingens in die Drohne und was irgendwas mit der Drohne vielleicht heute mal hinkriegen schauen wir mal so ich versuche mal zu gucken ob ich irgendwo was guten an K10 wegkriege ah der da reicht mir auch der spielt mir die Erbse oder doch nicht schade hätte ich was gekriegt hast du Heilung nein das würde ich nicht warum auch du spielst ja du spielst ja äh wissenschaftler der hat ja keine Heilstation ich kann es vergessen dass der keiner hat wahrscheinlich hat er die Heilstation ausgetauscht gegen die äh gegen äh gegen äh noch eine Bombe oder sowas weißt du hat wahrscheinlich die Gepardenkugeln die ja auch exklusive Kugeln dabei hat dafür die Heilstation zuhause gelassen den Krippen könnte ich wetten das ist oh man ey das musst du mal reinziehen solche Leute musstet ihr echt mal reinziehen ähm weil ich mich halt mal selber so macht ja keiner für mich dann mach ich mich halt selber ich bin hinten abgeknallt ist da heute nicht normal ey ist da heute echt nicht normal ohne Scheiße das kann doch heute echt nicht euer Ernst sein ja ey sehr gut gut dass die ganze Schilder hier stehen dämmischer Spasti da ey noch mal noch mal noch mal ey echt nur Idioten unterwegs nur Idioten unterwegs da kommt die nächste Erbs die sich oben hinstellen möchte gucken wir mal da wir was machen gegen was machen können so weggeknallt sehr gut voll motiviert ja cool sehr geil alles klar jetzt ist er tot ist er voll motiviert so ja tut mir leid also ich hab grad einfach schlechte Laune es ist einfach es ist einfach zum Kotzen gerade ja natürlich natürlich kann er noch springen ich hab ja nur das Megafon geworfen aber okay danke danke Verzögerung dankeschön dass du ihm diesen Vorteil schenkst das ist sehr nett auf jeden Fall ich freu mich immer wieder über sowas so wir einmal nach vorne vielleicht können wir einen Teleporter mal bauen haben wir noch gar nicht gebaut jetzt in der zweiten Runde das das war geil ah der wär noch nicer gewesen oh ich kann Teleporter sogar aufbauen huhu ja einer hier oben ok so ok Leute pass auf ich zeig euch mal wie das geht pass mal auf guck mal einfach hier oben hinstellen ne und dann mal gucken wo irgendwo jemand ist dann da hinfeuern das ist die Kinder Schaden merkt ihr das ist der Hammer ist der Hammer heute echt das ist das noch ein MG das ist noch ein MG zieh dir das mal rein da ist noch ein MG guck mal regen mich diese Leute auf mit ihrer dämlichen Wichs Gifterbse Junge du hast keinen Skill hast du echt spiel mal ne Klasse wo du zielen musst mal gucken ob du mich dann gekillt hättest versteht ihr was ich jetzt meine der Typ hat mich mal nicht mal gezielt sprich er hat nicht mal Skill anzahl gelegt um mich zu töten aber er hat mich getötet weil er einfach auf den Umgebungsschaden gesetzt hat den seine fucking Klasse mit sich bringt versteht ihr jetzt was ich meine versteht ihr endlich mal warum mir diese Klasse so auf den Sack geht der Typ hat null Skill mit Gott der steht da immer noch der steht da immer noch der Kerl das muss man sich erstmal in den Kopf bringen der steht da immer noch den holt keiner weg oh jetzt ist er mal tot ist ja Wahnsinn der Obershit der Obershit dass der endlich weg ist meine Güte hat ja nur eine halbe Stunde gedauert man oh man oh man oh man echten Witz heute echten Witz fuck off ich verarschen heute die Leute schießt mir noch eine zpg rein meine Güte ist das denn so schwer ist das denn so schwer ist das denn so schwer nehm da kann man auch eine zpg reinhauen aber haben die Leute heute hab ich keinen Bock zu die wollen das heute einfach nicht ah gibt Erbse ah so spielt man nicht wie du du Pfeife du kommst hier rein und schmeißt mir einfach deine Bohnen entgegen du Otto man oh man oh man aber ihr merkt ich hab richtig geile Laune auf jeden Fall wird immer besser wird echt immer besser hier unten ist irgendwo noch ne Erbse gewesen hat den noch gekillt alter ist der Hammer hier oben ist irgendwo noch einer ah Mist der Gifter Erbse der Hammer hier Echt der Wahnsinn Echt der Wahnsinn Echt der Wahnsinn Kann ich von beiden Leuten nicht erwarten dass die mal sowas machen Kann man echt nicht erwarten von den Leuten ohne Witz Echt der Hammer Echt der Hammer Leider dass ich jetzt den Town Ranger gespielt habe aber ich muss das jetzt einfach mal da oben alles wegräumen Echt die Schnauze voll jetzt ey ohne Witz ich hab die Schnauze echt gestrichen voll von meinem Team mir so auf den Zeiger ohne Spaß echt und steht wieder Mr. Gifterbse das gleich kann ich spielen ich müsste endlich mal spielen lernen Irgendwann ist bei mir auch der Ofen aus Irgendwann ist bei mir echt der Ofen aus Irgendwann ist bei mir echt der Ofen aus ohne Witz Irgendwann ist bei mir echt der Ofen aus Nein den sieht da keiner dann mach ich den mal weg den sieht da keiner da guck ich mal dafür so ist tot hier er ist tot er ist tot hier Boah ey echt ja boah ist da eine geile Heilung ey ohne Witz boah hammergeil die würde ich immer mitnehmen wenn ich nur wäre auf jeden Fall das ist die beste Heilung die es gibt da sterbe ich doch lieber weißt du ich hab mich doch von dem Ding voll teilen zu lassen gib uns schneller Mann oh man oh man oh man alter Schwede ist das ein Schwachkopf Team echt kotzen die mich an die Leute ja was 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 ist hä was ist hä Problem oder was meine Güte den Oma fertig da so der kann nämlich auch nix gibt er zu spät kann sowieso nix muss man sich immer äh immer immer vor Augen halten so auf Wiedersehen ist der auch mal tot mach das jetzt mal zum Standard jedes Mal wenn ich abgefuckt bin oder wenn die Truppe auf den Sack geht wechsle ich auf ne Klasse auf die ich jetzt gerade Bock habe ah hier ich mach die mal weg guck mal hier so der ist weg so die ist auch mal weg Junge 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 wenn ich die töte ne pass mal auf wenn ich die jetzt töte ne tsch tsch besser noch gewesen ne das wäre echt gewesen ne scheiße ich bin nicht bis oben hingekommen so ein ja geh doch durch natürlich ich hab ihn ja nur mit der ZBG getroffen aber okay kein Problem ich hab ihn ja nur mit der ZBG getroffen aber okay kein Problem ich hab ihn ja nur mit der ZBG getroffen aber okay wie kann man nur so blöde sein wie kann man nur so bescheid sein das sagt mir doch alles über diese Leute aus ganz vorne von Eingang geht denn die Drohne wie blöd kann man denn sein mal ohne Witz boah alter Schwede wie blöde kann man sein und mein Team ist so fostig und kriegt's nicht mal hin die Leute da wegzuholen und mal das Ding kaputt zu schießen ohne Scheiß was sind denn das für Pfeifen man dieses Team regt mich sowas von hart auf das ist der Hammer ist das man oh man oh man oh man ich kann doch nicht alles machen Leute man oh man wer hat das stehen wer hat das stehen du kriegst kein Schaden das ist ne Illusion ich denke schon wieder da hin die Leute lernen auch nicht aus ihren Fehlern Verstroh-doof, die Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, echt. Ich weiß auch nicht, was auf ihn geschossen wird. Hier spielt er Mr. Gifterbse. Mr. Gifterbse, ich retze. Oh, wie dumm der ist. Wie dumm dieser Typ ist. Wie dumm dieser Mensch ist, ey. Das muss der mal reinziehen. Was für ein Naps, Alter. Boah. Sorry, Leute, dass ich heute wieder Agro war, wie sonst war es. Dass ich sogar am Ende noch den Tarnowiniger gespielt habe. Tut mir leid. Mach ich beim nächsten Mal nicht. Oder ich mach's zum Standard, dass ich das jetzt ab jetzt immer mache, wenn ich abgefuckt bin. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Echt, so ein Spastiker-Team. Echt, meine Güte. Das hätt mich auch gewundert, wenn ich nicht erster geworden wär. Ohne Spaß. Boah. Oh, ich muss dringend aufhören, dieses Spiel zu spielen. Ich hab gerade so einen Hals, ey. Egal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Tut mir leid, Leute, für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir trotzdem Daumen da, wenn ihr wollt. Wenn er negativ ist, hab ich Verständnis dafür. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020